Hey Freunde, was geht ab? Hier ist euer Peter und ihr habt es schon gesehen, das Video ist natürlich unterstützt durch die Techniker Krankenkasse. Die sind auf mich zugekommen und haben gesagt, hey Peter, wir haben da ein Projekt namens Kiezmatch, hättest du nicht Bock dabei zu sein? Und da habe ich gesagt, natürlich habe ich Bock darauf, denn da können Leute wie wir einfach mal gegen FC St. Pauli spielen. Und das spreche ich glaube ich für alle, wenn ich sage, das ist so ein Traum von jedermann, mal gegen so einen richtigen Profi anzutreten. Ja, wie ihr das macht, dazu geht ihr einfach auf diese Internetseite www.kiezmatch.de, die ist unten auch in der Videobeschreibung verlinkt. Da geht ihr einfach drauf und dann filmt ihr ein Formular aus oder ihr dreht ein kleines Video. Und mit diesem Video erhöht ihr auch die Chance dabei zu sein und unter allen Teilnehmern, die ein Video drehen, gibt es auch glatt noch eine GoPro zu gewinnen. Wenn ihr euch aber da draußen gerade fragt, hm, was drehe ich denn eigentlich? Hier mal mein Bewerbungsvideo, damit ihr seht, wie in etwa ihr das machen solltet. Also, Film ab! Hey Freunde, was geht ab? Mein Name ist Peter und ich bin Abwehrspieler aus dem Kreis München-Gladbach. Und das ist mein Bewerbungsvideo für das Kiez-Match. Ja, wie es sich für einen Abwehrspieler gehört, bin ich natürlich ziemlich zweikampfstark. Und natürlich habe ich das Kopfballspiel nicht vernachlässigt. Dazu bin ich noch Ballsicher. Treffsicher. Und selbst vor dem Tor bin ich eiskalt. Wählt mich, Freunde, und der Kasten bleibt sauber. Ja, Freunde, so oder so ähnlich kann eure Bewerbung aussehen. Seid kreativ, macht, was ihr wollt. Wenn Fußball eure Leidenschaft ist, dann sollte das doch eigentlich kein Problem sein. Wenn es da draußen aber immer noch Leute gibt, die sagen, ah, das Bewerben ist nicht zu mich, das ist ja gar kein Problem. Dann votet einfach für die Leute, die sich dort bewerben. Und dort gibt es dann auch eine GoPro zu gewinnen unter den ganzen Votern. Und Freunde, am Ende werden dann 40 Leute ausgewählt mit den meisten Votes, die ihr natürlich gevotet habt. Und aus diesen 40 werden nochmal 20 ausgewählt von einer externen Jury, die dann am Ende mit zum Millantor fahren beim großen Kiez-Match gegen den FC St. Pauli. Und wer weiß das schon, vielleicht sehen wir uns sogar gemeinsam auf dem Sportplatz. Ihr entscheidet das im Endeffekt. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und vielen Dank an die Techniker Krankenkasse. Freunde, das war es beim Video. Euer Peter Leont. Tschaußen.